Mittlerweile bei Folge 24 beim Kommentare kommentieren und wir beantworten ja nicht hier nur eure häufig gestellten Fragen. Ich kommentiere auch die Sachen, die mir gefallen und ihr lernt auf alle Fälle, was dabei ist. Es ist nicht nur gelabert, was wir jetzt hier machen, also auch für die, die neue dabei sind und Tutorials erwarten, guckt auch hier mit dazu, weil ich beantworte tatsächlich Fragen, die bei Cakewalk durchaus Sinn machen und die nicht nur eine Person stellt. Ich habe ein altes 32-Bit-Plugin, was ich mit J-Bridge nutze. Mein Problem, mit Cubase funktioniert es wie auch mit S1 Cakewalk, aber schreibt das Plugin, wäre nicht richtig installiert. Das kann durchaus sein, weil du hast ja zum einen geschrieben, dass du ein sehr altes Plugin von Terratec hernimmst. Terratec gibt es ja schon lange nicht mehr, da wird der Support ein bisschen schwierig, vor allem wenn dann Cakewalk das sagt. Es mag nicht, weil Cakewalk hat nämlich eine eigene Bridge, damit es auf 32-Bit-Plugins zugreifen kann. Das ist die Bitbridge, das heißt, schau, dass du dort zumindest die J-Bridge deaktivierst, dann versuch es dann nochmal. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann wird es wirklich schwierig, weil wie gesagt, Terratec, das ist ja, die Firma gibt es ja schon lange nicht mehr. Hi Andi, ich habe jetzt einige Zeit nichts geschrieben. Der Grund, ich habe mir eine DAW gekauft und das Einarbeiten ist eben nicht so einfach. Gekauft habe ich sie mir einfach deshalb, weil ich wissen wollte, wie groß der Unterschied von Cakewalk zu einer nicht kostenlosen DAW ist. Ja, lieber Hans-Martin, wieder mal schön von dir zu hören und du hast dir ja Studio One zugelegt. Wir haben ein bisschen drüber gequatscht und du hast auch selber herausgefunden, dass es da nicht wirklich einen Unterschied gibt zu Cakewalk, weil man fragt sich ja doch, hey, Cakewalk ist es kostenlos? Da muss doch irgendwas, irgendwas muss doch da sein oder stimmt doch da nicht. Und siehe da, Cakewalk lässt sich durchaus mit einer Bezahlversion vergleichen. Deswegen, ich bin ja auch schon dran und erarbeite mir so ein Video, das wird eine größte Geschichte, über einen großen Vergleich zwischen ProTools, also der DAW und Cakewalk. Und da könnte man meinen, weil ProTools kostet doch bis zu 900 Euro im Jahr als zur Miete und deswegen ist es durchaus gerechtfertigt, nochmal einen Vergleich zu machen, was ist da besser? Kann, ist es überhaupt 900 Euro besser als zum Beispiel Cakewalk? Vor allem, wenn du schreibst ja auch, dass der Amp, der bei Studio One dabei ist, auf alle Fälle nicht so geil ist wie der bei Cakewalk, der TH3. Und von dem her, bleibt es ja bei Cakewalk. Oder wenn ihr noch nie bei Cakewalk wart, habe ich hier die tolle Einsteiger-Serie für euch. Hi Andy, schön, dass es gefällt. Lass dir den Kaffee schmecken. Ja, lieber Adam, ich sage es nochmal, vielen lieben Dank für den Kaffee und ich habe ihn ja schon probiert und ich habe ihn auch ganz ehrlich versteckt, dass nur ich darauf zugreifen kann, weil der ist nämlich wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Also nochmal, vielen lieben Dank dafür. Ich bekomme immer die Meldung, die Speicherfunktion bleibt bis zum Aktivieren von Cakewalk gesperrt. Wo aktiviert man denn Cakewalk? Bin irgendwie zu blöd dafür. Lieben Dank im Voraus fürs Helfen. Ja, das kannst du hier unten, wenn man in die Meldung kommt, dass Cakewalk aktiviert werden muss, kannst du auf diesen Meldung draufklicken. Dann kommst du direkt zur Bandlab-Seite. Du musst dich dann mit deinen Bandlab-Zugangsdaten einmal einloggen. Wenn du noch keine hast, leg dir einen Bandlab-Account an, der kostet auch nichts. Und dann kannst du es aktivieren. Du kannst manuell auch die Aktivierung anstoßen unter Hilfe, Cakewalk aktivieren. Bei mir sind im Treiber-Modus lediglich MME und UWP zu sehen. Was tun? Ja, da bist du in den völlig falschen Treiber-Einstellungen. Du bist bei den Mini-Treiber-Settings und du musst aber auf die Audio-Treiber-Einstellungen. Die findest du hier bei den Voreinstellungen unter Audio, Aufnahme und Wiedergabe. Oder was? Wiedergabe und Aufnahme. Kannst du nicht mehr gern. Ich habe massive Audio-Drop-Up-Probleme, da ich Wasabi verwende. Habe mir mal ASIO reingepackt, was zur Folge hatte, dass ich ohne ASIO4ALL gar keinen Sound mehr auf meinem PC hatte. Und mit ASIO4ALL manchmal in Cakewalk und nicht auf anderen Programmen wie YouTube. Ja, also nochmal das große Thema Treiber. Ganz zu aller wichtig, ASIO4ALL, lasst es. Wenn ihr ASIO4ALL drauf habt und Cakewalk nutzen möchtet, das funktioniert mittlerweile nicht mehr. Da ist das ASIO4ALL gleich runter. Ist völlig nutzlos, da nutzt besser den Wasabi-Treiber. Der Wasabi-Treiber ist quasi der kompatibelste Treiber von allen, aber dafür auch nicht der schnellste. Dafür könnt ihr aber auch mit noch so jeder Schrottigen auch Onboard-Soundchip Cakewalk betreiben. Möchtet ihr es hingegen professionell betreiben und auch ganz geringe Latenzzeiten haben, dann kommt ihr um ein Audio-Interface, welches ASIO-kompatibel ist, nicht drumherum. Wichtig ist, es muss ASIO-kompatibel sein. Es müssen ASIO-Treiber verfügbar sein. Bei deinem Steinberg UR22, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es kompatible Treiber, die sind die Steinberg Yamaha ASIO-Treiber und wenn du die drauf trufst, dann findest du, wenn du auf ASIO-Modus gehst, müsstest du die als echten Ein- und Ausgang finden. Und ja, solange ASIO betrieben wird mit Cakewalk, funktioniert keine andere Software damit. Also du kannst damit keine YouTube-Videos schauen und dann einen Ton erwarten. Weil genau das ist der Sinn und Zweck von ASIO. Eine direkte Verbindung zwischen der Audio-Hardware und der Software Cakewalk. Da kann und darf nichts dazwischen funken. Heißt, solange ASIO mit Cakewalk aktiv ist, funktioniert kein Sound aus irgendeinem anderen Programm. Hi, hab mir die Mühe gemacht und die Anleitung ins Deutsche übersetzt. Schlappe 2000 Seiten. Ja, lieber Volker, es muss ja Drecksabergänse. 2000 Seiten? Äh. Nun gibt es noch eine Frage. Ich habe 16 Midi-Spuren, nun verende ich etwas in einer Spur. Diesen Vorgang möchte ich nicht 16 Mal machen. Ja, mach mal einfach das Beispiel. Ich habe jetzt hier meine 16 Spuren. Also markiere ich mir die alle mit Klicken und Ziehen, halte die SDRG-Taste gedrückt und wähle jetzt in einer Spur, mache ich die Änderung, die ich haben möchte. Und flutsch, wird jetzt bei allen anderen 15 Spuren mitgemacht. Und das geht natürlich für fast alle Regler. Ich kann auch alle markieren und zum Beispiel Lautstärke-Regler gleichzeitig ändern. Das Panning, eigentlich jeder Button, der da drin steht. Und, da ich es hier jetzt mal gern wieder erwähne oder mich jedes Mal fragt, wenn es da fast keine Regler und so drin sind, stellt hier oben vom Benutzer definiert auf alle um. Pro Channel, was man gar nicht ahnt, man kann das Ding bei jedem Track öffnen. Ja, genau. Bei jedem Track. Außer Midi-Tracks natürlich. Und am Klang kann man auch etwas ändern. Richtig, Olli. Dafür sind die Dinger dauernd, wenn man am Klang was ändern kann. Und das Beste, das ist schön bunt und sieht gut aus. Ob das jetzt so schön und toll ist, dass es klicky bunt ist, da bin ich immer so ein bisschen zweifelhaft. Umso mehr klicky bunt ich da habe, umso mehr lenkt das meine Augen ab und verleitet mich dazu, zu gucken, was das Plug-in macht und nicht zu hören, wie es den Sound ändert. Das ist ein Fehler, auf den muss ich mich ja auch wieder an der eigenen Nase fassen. Wie gesagt, sobald es irgendwelche klicky bunt die Plug-in sind, ist man sehr versucht, darauf zu gucken, dass der Ausschlag schön ausschaut und nicht das, was ich höre, gut klingt. Eine der ersten Sachen, die ich mir zurechtgelegt habe, als ich das erste Mal richtig mit Cakewalk angefangen habe, es spart so viel Zeit und Sucherei. Ja, Megan Semperi redet natürlich von den Templates, da habe ich ja hier ein neues Video dazu gemacht, ist ganz aktuell. Und da zeige ich euch, wie ihr einerseits Templates machen könnt für ein komplettes Projekt, aber auch wie ihr im Pro-Channel dann einzelne Vorlagen machen könnt oder auch in der Effekt-Kette. So viele Möglichkeiten. Vielleicht für immer Anschluss dann, ne? MIDI am Puls der Zeit. Ja, ich weiß gar nicht, was du möchtest. Natürlich ist MIDI am Puls der Zeit. MIDI ist zwar schon uralt, aber hat immer noch seine Berechtigung. Was meinst du denn, wie die ganzen VST-I-Instrumente oder auch die VST-Effekte mit Automation gesteuert werden? Das ist nichts anderes als MIDI-Steuerdaten. Wenn ich mit meinem Piano, mit meinem MIDI-Piano was einspiele, was ja der Name schon sagt, spiele ich ja auch nichts anderes als Steuerdaten ein. Und das sind auch MIDI-Daten. Auch wenn MIDI schon uralt ist, ist es immer noch zweckdienlich. Also immer noch am Puls der Zeit. Hey, ich sag mal, ich weiß nicht, ich geh da nicht rein, aber gibt es eine Möglichkeit, Takes nach Namen zu sortieren? Find ich nirgends oder ich bin Stepper, danke. Nein, dann bist du nicht Stepper dafür. Es gibt wirklich keine Möglichkeit, Take-Lanes zu sortieren. Zumindest nicht, dass ich wüsste, man kann Spuren sortieren. Aber Take-Lanes nach Namen, das wäre mir neu. Das kannst du nur manuell machen. Und wenn du die manuell verschiebst, verschiebt es nicht auf der linken Seite an dem Anfasser, sondern hier immer unter dem Aufnahesymbol. Da kannst du das dann klicken und ziehen. Ich nutze den Pro-Channel sehr gerne, ich habe aber mal eine Frage zum Einsatz. Ich nehme meine E-Gitarre meist durch meinen Röhrenverstärker auf, ziehe das Signal vom Line-Out, nicht Frequenz korrigiert, des Verstärkers ab. Das schicke ich dann durch eine Capsam auf dem FX-Rack. Dann kommt mein Pro-Channel, der ist Post-FX-Rack eingestellt. Dann kann ich auf meiner Spur all die schönen Sachen machen, die man sonst mit dem Pro-Channel machen kann. Komprimieren, EQ und Gaten. Jetzt hatte ich mal die Situation, dass ich dann doch mal ein Plug-In benutzen wollte, welches quasi nach dem Pro-Channel kommt. Sonst musst du dich ja eigentlich entscheiden, ist diese FX-Bin vor oder nach dem Pro-Channel geschalten. Du kannst es aber auch so machen, so mache ich das immer, dass du nur noch den Pro-Channel hernimmst. Und zwar tust du beim Pro-Channel ein Modul einfügen, das nennt sich FX-Chain. Das tust du ganz oben hin, also quasi an erster Stelle, dass es ein Pre-Effekt ist und dann unten an letzter Stelle, dass es ein Post-Effekt ist. Und jetzt, wenn du quasi vom Pro-Channel VST-Effekte und Plug-Ins einfügen möchtest, dann machst du es beim oberen FX-Chain. Und was nach dem Pro-Channel kommen soll, machst du einen unteren ein. Ihr wisst ja, ich helfe euch immer gerne in den Kommentaren per E-Mail oder Instagram. Manchmal ist es aber auch so, dass die Fragen ein bisschen länger und auch das Problem ein bisschen intensiver wird. Auch dafür gibt es eine Lösung. Ich habe unten in der Beschreibung einen Link dazu. Da könnt ihr dann eine Privatstunde mit mir buchen. Dann habt ihr mich für eine Stunde ganz für euch alleine. Ich beantworte euch alle Fragen rund um Cakewalk und Musikproduktion. Da profitiert ihr von meinen über 20 Jahren Erfahrung. Und ihr unterstützt mich damit und dass auch dieser Kanal online bleibt. Ah, an die Hilfe Notfall. Was habe ich denn für einen Mist gedrückt? Ich höre nur noch Sound, wenn ich die Spuren auf Solo schalte. Ja, das ist mir auch, ich habe das gelesen, habe da so drüber lachen müssen, weil mir das selber schon so oft passiert ist. Du hast irgendwo in deinen Tausenden von Spuren irgendeine, die du auf Solo lassen hast. Und dann bleiben natürlich alle anderen Spuren stumm, solange die nicht auch auf Solo sind. Um das Ganze zu lösen, hol dir das Modul oben in der Steuerleiste. Und zwar das Modul Mix. Und da siehst du, wenn da das S grün leuchtet, heißt das irgendwo im Projekt eine Spur oder ein Bus auf Solo geschalten ist. Und mit einem Klick da drauf, dass du alle Solo-Buttons deaktivieren und da müsste es quälen sein. Ich sage mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin Busi aufs Bauch in Berlin und Servus.